Ich brauche jetzt Musik. Ich brauche sie in meinen Gehörgängen. Bitte, kann mir einfach einer was vorsingen? Irgendwas, ganz egal. Richtig, sowas erträgt man einfach nicht ohne Musikbegleitung. Das wäre unverantwortlich. Musik kann schwierige Situationen erträglich machen, kann schöne Situationen noch schöner machen, bringt einfach Emotionalität, Gefühle ins Leben. Viele berühmte Musiker, die kommen ja genau aus Notsituationen oder schlechten Tiefpunkten, wo dann die Musik ihnen weiterhilft. Oder dass sie ihr einziger Weg ist, überhaupt weiter zu machen. Musik ist Freiheit. Ich habe schon getanzt, ich spiele Gitarre, ich singe in dem Männerchor. Also spielt Musik eine große Rolle in meinem Leben. Vielleicht nicht die beherrschende, aber große. Ich finde, durch Musik kann man halt ganz, ganz viel ausdrücken, egal wie es einem geht. Und kann die quasi auch benutzen, wenn es einem schlecht geht. Also ich höre auch, ich höre eigentlich generell egal wann und wo Musik, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut geht. Und also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Musik 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 Musik